Herzlich Willkommen zu einem weiteren Minecraft Video von mir, wird auch langsam Zeit. Wie immer nach einer längeren Pause fange ich mit einem kleinen Rundgang an, was sich so in der Zwischenzeit getan hat. Kurz vorher noch als Bemerkung, das ist immer noch die Version 1.7.3. Ich warte mit der Umstellung nämlich so lange, bis die Version 1.9 erschienen ist und alle Modifikationen und das Texturenpack, das ich verwende, umgestellt wurden, soweit das für die einzelnen Modifikationen gemacht wird. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich auf die neue Version umstelle. Gut, ich befinde mich hier in meinem Pfahlbau, den kennt ihr sicher noch und da draußen sieht man schon was, was vorher nicht da war. Da kann ich eigentlich gleich mal hingehen. Das ist nämlich so ein kleines Boothhäuschen, was ich hier angelegt habe, damit ich mein Schiff sicher parken kann. Jetzt habe ich es weggeschubst, so war es nicht gedacht. Aber gleich werdet ihr sehen, wie ich mir das vorgestellt habe. So, das ist noch schön beleuchtet, dass man es nachts zum Beispiel gut sieht, wenn man hier ankommt. Und dann kann ich mein Boot hier reinfahren und gemütlich aussteigen, wenn ich es hinbekomme. So war es nicht gedacht. Oh, ich habe es sogar geschafft, mein Boot zu zerstören. Das fängt ja gut an. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt einfach weiter mit dem Rundgang. Also, hier soll normalerweise sicher mein Boot geparkt werden. Dann habe ich endlich das Dach von diesem Häuschen fertiggestellt. Und sogar zu einem Dachboden ausgebaut. Mit ein bisschen Glaselementen, dass man hier schön Licht hat. Hier könnte ich im Prinzip eigentlich auch das Bett reinstellen oder so. Mal schauen. Hier hat sich eigentlich nichts verändert. Ein bisschen was am Teppich habe ich geändert, wenn ich mich da noch richtig erinnere. Hier diese Druckplatte habe ich eingebaut, dass ich die Türen eben nicht mehr von Hand auf und zu machen muss. Dann habe ich endlich die Brücke fertiggestellt. Hier schön aus Stein. Jetzt noch mal ein Blick auf das Häuschen. Hinten brennt noch ein Monster. Hm. So sieht es jetzt aus. Ganz nett. Hier, Weg und Brücke. Wie gesagt, habe ich fertiggestellt. Links und rechts der Brücke habe ich eben Schilf gepflanzt, das man ab und zu ja mal gebrauchen kann, um eben Papier herzustellen. So ein Verspiel. Dann habe ich hier ganz bewusst links und rechts des Weges ein paar Bäumchen gepflanzt, dass man hier durch so eine Art Allee geht. Zäune habe ich aufgestellt, dass nicht ständig irgendwelche Viecher auf meinen Wegen rumlungern. Hier oben hat sich nichts verändert. Das ist noch das Haus, wo eine kleine Bienenzucht ist. Da ist auch nicht mehr dazu gekommen. Die beiden Bienenstöcke sind nämlich ganz, ganz ertragreich. Was so ein bisschen nervig ist, dass jetzt überall hier die Bienenstöcke an den Bäumen hängen. Das ist eine richtige Plage, wo die nicht regelmäßig abschlägt werden, das immer mehr. Ja, den fertigen Turm habt ihr ja schon letztes Mal gesehen. Jetzt gehe ich mal kurz runter in den Keller. Gehört nicht zum Rundgang, sondern ich muss noch was mitnehmen. Und zwar ein bisschen Kohle. Nehme ich mal mit. Und ein bisschen Eisen. Das war es eigentlich schon. So, hier auf dem zweiten Stock war bisher nichts, wenn ihr euch erinnern könnt. Hier sind jetzt plötzlich zwei Türen. Wieder mit Druckplatten. Hier habe ich so eine Art Glasgang gebaut. Zum Nebengebäude. Das in den letzten Videos quasi nur ein abgestecktes Grundstück war, was ich in der Zwischenzeit fertig gebaut habe. Tada! Und so sieht es aus. Sehr großzügig. Noch überhaupt nicht möbliert. Aber das kommt noch. Wie zum durchgehenden Fenster hier. So eine Art Galerie. Sehr großzügig mit Licht ausgeleuchtet. Das ist aber Absicht, denn ich habe während der Bauphase dieses Gebäudes, war es hier unten zu dunkel, sodass in der Nacht ein Creeper hier drinnen gespawnt ist. Und als ich von meinem Nebenprojekt hier nebenan zurückgekommen bin, bin ich quasi dem Creeper begegnet und er hat mir ein riesiges Loch hier in die Fassade gesprägt. Wenn ihr euch an meine ersten Videos erinnert, habe ich auch mal erwähnt, dass ich auf diesem Nebengebäude dann auch so eine Art Versuchsgarten anlegen möchte. Das habe ich auch gemacht. Und zwar mit einer riesigen Glaskuppel oben drüber. Da ist ganz schön viel Glas draufgegangen, aber ich finde, das sieht ganz eindrucksvoll aus. Und hier habe ich jetzt alle möglichen Sachen gepflanzt. Das ist jetzt hier noch nicht spektakulär, weil ich gerade erst abgeerntet habe. Also das ist hier überall Getreide. Diese Wege habe ich hier gebaut, damit man eben bequem hier drüber gehen kann, weil wenn man zu schnell über diese Felder hier läuft, dann werden die eben wieder zu normalen Feldern, beziehungsweise das Grünzeug hier geht kaputt. Ach, hier sieht man zum Beispiel noch ein fertig gewachsenes Getreide. Das hier ist Flax aus meiner Modifikation. Das erne ich regelmäßig ab. Und dann kommen eben diese Flaxfasern bei raus und glücklicherweise auch immer Samen, sodass man die Sachen neu setzen kann. Und hier hinten habe ich ein kleines Wüstenareal angelegt, um eben Kakteen zu pflanzen, die man dann auch regelmäßig abernten kann. Weil wenn man nur die oberen beiden Teile wegschlägt, dann wächst der Kaktus wieder von neuem. Dann geht es hier jetzt wieder runter. Geben wir uns mal ins Erdgeschoss und zu diesem Eingang raus. Also das ist hier einfach ein ganz normaler Eingang oder Ausgang. Hier ist nichts passiert. Hier habe ich so einen kleinen Überweg gebaut. Durchgang oder wie auch immer man das nennen mag. Auch mit Zäune, dass nicht irgendwelche Viecher hier rumlaufen. Hier schön die Bäume links und rechts gepflanzt. Jetzt geht es hier rein. Quasi in diesen Hügel, in diese Klippe. Und über eine lange Leiter nach oben. In ein kleines Häuschen. Mit Bett. Und eine recht schöne Aussicht. Diese Wiese hier vorne. Hier habe ich mich mal an einem Steindach versucht. Ist auch ganz hübsch geworden. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, wozu denn diese merkwürdige Wiese ist. Und warum sie nicht ganz umzäunt ist. Also nicht ganz umzäunt ist sie. Weil als ich sie ganz umzäunt hatte, sind hier jede Menge Schafe gespawnt. Und die kann ich an dieser Stelle nicht gebrauchen. Denn das soll so eine Art Landeplatz sein. Und zwar ein Landeplatz für ein Luftschiff. Das ist nämlich eine Modifikation, die ich schon von Anfang an drauf habe. Aber jetzt endlich mal zusammen mit euch ausprobieren möchte. Die benötigten Komponenten, um so ein Luftschiff zu bauen, müsste ich, wenn ich es nicht vergessen habe, hier in dieser Kiste deponiert haben. Jawohl, da sind alle Sachen, die ich brauche. Dann werde ich jetzt hier nochmal das überschüssige Eisen ablegen. Ein bisschen Holz. Einen Stock. Ganz großes Kino. Und die Kohle, die brauchen wir nämlich, um das Luftschiff zu befeuern. Mich jetzt nicht alles täuscht, wird es langsam dunkel. Tatsächlich. Ja, ich lege mich da mal lieber gleich ins Bett. Nicht, dass dann irgendwelche Monster am nächsten Morgen hier vor meiner Tür auftauchen. Das war die Nacht und hier draußen sieht es ruhig aus. Dann mal ans Werk. Der erste Teil des Luftschiffs besteht aus Kuhhäuten, Leder. Daraus baue ich den Ballon. Hier, der Ballon. Dann der nächste Teil. Hoffentlich kriege ich das noch alles zusammen. Jetzt baue ich die beiden Maschinen. Das Luftschiff hat zwei Motoren. Dafür brauche ich zwei Öfen und eben das Eisen, was ich hier habe. So. Und in die Mitte ein Ofen. Das ist Maschine 1. Und Maschine 2. Die kann man praktischerweise auch stapeln. Dann als nächstes brauche ich Fäden und eine Kiste. Und dann habe ich gleich ein Luftschiff. Mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Oben der Ballon. In die Mitte. In die Mitte die Kiste. Den Eindruck, dass noch irgendwas fehlt. Am Betracht dieser 4. Ich glaube, in die Mitte muss noch mal ein Ofen. Auf jeden Fall Maschine links und rechts. Und dann... Richtig, dann in die Mitte muss noch ein Ofen. Daran sammle ich eben wieder alles ein. Hoffe, dass ich hier noch genug Stein habe. Jawohl. Dann eben noch ein Ofen. Jetzt aber. Zack, zack, zack. Hm. Klappt es nicht? Tja. Ach, kein Ofen. Ich bin auch ein Trottel. Da muss ein Boot rein. Quasi als Gondel. So, jetzt aber. Zack. Zack. Zack, zack. Und... Tada! Hier ist das Luftschiff. Ich nehme die Sachen erstmal wieder rein, denn... ...diese Minecraft-Folge ist gleich schon wieder zu Ende. Aber ich wollte zumindest nochmal das Luftschiff aufbauen. Das setze ich jetzt einfach mal hier hin. Und da ist es. Das kann ich jetzt auch so ein bisschen hier rumschubsen normalerweise. Ja. Das ist vielleicht keine gute Idee. Aber da ist es. In seiner vollen Pracht. Mit einem hübschen Ballon. Sieht sehr nett aus. Und in der nächsten Folge... ...werden wir dann mit diesem Luftschiff... ...einen kleinen Rundflug starten. Bis dahin! Durchschenkengengengengengeng Untertitelung des ZDF, 2020